Was ist die beste Strategie gegen diese ganze Ein-Mann-Gewalt, ein-Messer-Gewalt gegen diese ganze zugewanderte Kriminalität? Die Polizei aus Finnland, sie hat jetzt ein Video veröffentlicht und zeigt uns, wie du und ich, wie wir uns beschützen können vor sexuellen Übergriffen draußen in der freien Natur, wenn man so möchte. Stop, don't touch me there, this is my no-no-square. Habt ihr es gesehen? Völliger Wahnsinn, völlige Eskalation von der finnischen Polizei. Das soll unsere Frauen beschützen. Sorry, das ist an Frechheit und an Dreistigkeit nicht zu überbieten, ja? Stop, don't touch me, this is my no-no-square. Mit wer soll sich davon beeindruckt fühlen? Also, das verhöhnt die Frauen, das verhöhnt die Opfer der sexuellen Gewalt, das verhöhnt jeden, der Opfer dieser zugewanderten Kriminalität wird. Und was macht die finnische Polizei? Stellt sich hin und sagt, wir tanzen jetzt ein Lied und dann wird schon nichts mehr passieren. Leute, wisst ihr, in welcher Realität ihr lebt? Ihr lebt in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, wo ihr irgendwann eines Morgens wach werdet, habt eine Burka über dem Kopf und werdet gezwungen to surrender to Islam, wie sie immer sagen, zum Islam, sich zu bekehren und wenn nicht, wird einem die Kehle durchgeschnitten. Das ist es, was das Wesen ist, was diese Islamisten antreibt. Das sagen sie immer wieder. If you don't surrender, we will kill you. Das ist das Motto dieser Islamisten. Und sie stellen sich hier hin, die finnische Polizei, müsst ihr euch mal vorstellen. Die Polizei, die für rechten Ordnung sagt, und tanzt hier einen Stopp, don't touch me there, this is my no-no-square. Ja, bitte sehr. Bitte, bitte, bitte stopp, nicht anfassen. Bitte nicht anfassen, das ist mein Piepatz. Ah, hier, hier. Merken sie überhaupt, was sie für einen Schwachsinn betreiben? Nein, ich glaube, sie merken es nicht. Sie finden das normal, sie finden das gut. Und da muss man immer noch mal sagen, Leute, ich bin mit dem Internet groß geworden und ich bin noch nicht so alt. Ich kenne dieses Land, wie es vor 2015 gewesen ist. Und es war ein wunderschönes Land. Wir hatten wunderschöne Zeit. Aber sie haben alles kaputt gemacht und zerstört. Und heute wollen sie dann mir vorwerfen, ich bin ein Rechter, wo ich immer noch sagen muss, nein, ich bin kein Rechter. Ich bin jemand, der Recht und Gesetz in diesem Land durchgesetzt sehen möchte. Deswegen bin ich aber kein Rechter. Ein Rechter wäre ich, wenn ich jedem in diesem Land das Recht absprechen würde, ein Mensch zu sein, wenn er keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Das ist Recht. Das bin ich nicht. Jeder darf hier arbeiten, wenn er einen Aufenthaltstitel hat und für sich selbst sorgen kann. Hast du keinen Aufenthaltstitel, hast du hier erstmal nichts zu suchen. Das ist ganz einfach. Es gibt mit Sicherheit Leute ohne Aufenthaltstitel, die würden hier arbeiten, aber wir müssen unser System reparieren. Und nicht mit Don't Stopp, also ich kann das Video nicht ernst nehmen. Ich kann das nicht ernst nehmen. Don't touch me, dear, this is my no-no square. Und man bleibt fassungslos zurück. Das soll unsere Frauen schützen. Aber die Bundesregierung hat selbst auf eine Anfrage eines Abgeordneten geantwortet. Man wird beim Thema Gewalt gegen Frauen keinen Handlungsbedarf sehen. Also man wird nichts unternehmen. Sie machen nichts. Und das ist ein Schlag ins Gesicht von uns allen. Von Vätern, von Müttern, von einfach nur Eltern, von Kindern, die auch Angst um ihre Eltern haben. Es ist einfach der groteske Wahnsinn. Stopp! Don't touch me, dear. This is my no-no square soll jetzt die Lösung sein. Nein. Die einzige Lösung, die wir haben, ist AKG. Angewandte, kontrollierte Gewalt. Ihr sagt jetzt, Gewalt ist keine Lösung. Ja, das ist normal mein Motto. Aber AKG ist sogar Teil der KSK-Ausbildung. Also unsere Soldaten lernen extra die Anwendung kontrollierter Gewalt. Und dir und mir wollen sie erzählen, dass die Anwendung kontrollierter Gewalt nichts bringt, teilweise verboten ist, geht dann mit Übermaß über die Notwehr hinaus. Und da muss man mal sagen, mir wäre das völlig Jacke wie Hose, ob es über die Notwehr hinausgeht. Wenn er am Ende tot ist, weil er mich angegriffen hat, das Risiko muss er vorher abschätzen, wenn er einen Allmann angreift, dass es auch Allmanns gibt, die zurückschlagen. Die meisten haben ja, die trauen sich nicht, ja, weil sie wissen, als Deutscher wird man verknackt. Mir wäre das scheißegal. Ich muss überleben, damit ich meine Familie ernähren kann. Wenn dafür andere über den Jordan gehen, dann ist das leider bitter, aber die Realität. Fressen oder gefressen werden. Die finnische Polizei, sie macht hier vor, wie man die Frauen zu Freiwild erklärt und sich fressen lässt. Ich sage, Leute, ihr müsst die harten Geschütze auffahren, die richtig harten Geschütze. Keine Gnade von niemandem, wirklich von niemandem. Aber ihr knickt jedes Mal ein, ihr mit euren Woken und hier und der Talerhohn ist jetzt der schwule Migrant. Also Leute, 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 was ihr für eine Scheiße macht, ja, was ihr für eine Scheiße macht. Und dann steht ihr in 15 Jahren da und sagt, oh, die Talerhohns bezahlen meine Rente nicht. Ja, genau, weil die gar nicht arbeiten können. Die wollen nicht und die können nicht arbeiten. Ich habe selbst mit Geflüchteten gearbeitet in einer Schlosserei, in einer Werkstatt. Und ich kann euch sagen, die haben alles, aber keinen Bock zu arbeiten. Die können vieles auch nicht. Geistig fehlt einiges. Also, was bei uns nach einer Schulbildung logisch ist, mit so ein bisschen Rechnen, ne, ein bisschen hier rechnen, ein bisschen da. Völlig Banane bei denen, völlig weg. Liegt dann das iPhone auf dem Tisch, klar, das iPhone beim Afghanen in der Ausbildung. Und dann rechnet er 37 plus 42, weil die Kopfrechner nie gelernt haben, ja. Könnte man ja noch drüber hinwegsehen, wenn sie hier kleine Hilfsmittel brauchen, um in den Job zu kommen. Aber, ne, ne, Leute, was ich da erlebt habe, ja. Und auf einmal ziehen die das Messer aus der Jacke und sagen, guck mal hier, guck mal da. Und ich so, dann legst du das Messer zurück oder schlag dich um, ja. Auf der Arbeit wohlgemerkt zog der Afghane das Messer bei mir und fuchtelte vor mir rum und zeigte mir, wie er damit umgehen kann. Und bei Afghanen ist es wirklich so, in Afghanistan werden oft und viel Tiere geschlachtet, weil es dort keine Schlachtereien gibt. Also man schlachtet zu Hause und es ist üblich und es gehört zur Kultur, dass die Väter ihren Söhnen zeigen in Afghanistan, wie man Tiere schlachtet, ausweitet, ausnimmt und am Ende zubereitet. Ihr wundert euch, warum die alle so geübt sind mit dem Messer. Das bekommen sie dort gezeigt von klein auf von ihren Eltern, werden immer wieder Ziegen und Schafe geopfert und dann werden die geschlachtet und das dürfen teilweise die Kinder machen. Deswegen, die Afghanen sind von Natur aus ausgebildete Fachkräfte für Messertechnik, weil es bei denen zur Tradition gehört, ihre Tiere zu schlachten und das machen sie eben mit dem eigenen Messer. Und wenn man dann hier sagt, wir haben ein Problem mit Afghanen und deren Messeraffinität, ist man gleich ein Rassist, wo ich immer sage, ihr seid die Rassisten, die keine Ahnung habt, wie die Zustände in dem Land sind, wo ihr die Leute herholt. Und ihr ignoriert alles. Das sind die wahren Rassisten. Guckt es euch doch an auf diesen ganzen bunten, queer, LGBTQ-Demos. Wer ist denn da? Alles Junge und Alte, Weiße, Männer und Frauen. Das sind kaum Migranten. Die haben gar keinen Bock auf diese Scheiße. Die haben da keinen Bock drauf. Die wollen ihren eigenen Kram machen, vor allem in Ruhe leben, aber ihr holt vor allem die Probleme hierher. Sie verhöhnen uns, sie verhöhnen unsere Frauen, sie wollen, dass wir Opfer von Gewalt werden. Wie siehst du das Ganze? Findest du das gut, was die finnische Polizei hier macht? Ich finde das absolut widerlich und grotesk. Sollten sie lieber den Leuten mal beibringen, wie man mit zwei Händen einen Angreifer in fünf Sekunden ausschaltet, wenn er auf einen zurennt. Anstatt den da zu machen, na, don't stop, don't touch me. Hier oben, Leute, ihr müsst den ausschalten. Und wenn ihr so ein Smartphone in der Hand habt und der kommt vor euch, dann müsst ihr den bam, bam, müsst ihr den voll. Also, wenn ihr mit der Kante hier einem da reinschlagt, hier volle Kante oder da auf dem Wangenknochen und dann beim Zurückgehen, also ihr schlagt hier vorbei und beim Zurückgehen da, was meint ihr, was der für Schäden hat? Ja, die Dinger sind hier, also für sowas sind die wunderbar, muss man sagen, aber dann ist es gleich schwere Körperverletzungen in Deutschland oder zumindest gefährliche Körperverletzungen, aber don't stop me there, no, no, das ist hier oben, Leute. Schreib mir deine Meinung unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram und bleibe dran bei mir. Es gibt ständig neue Videos. Sag mir mal, wenn du ein bestimmtes Thema hier vermisst, kommentiere das mal unter das Video, dann kann ich mich darum auch kümmern. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.